Hallo, mein Name ist Robert Berner. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Primo Espresso. Primo betreibt Kaffeebars in Unternehmen. Das sind Orte für kreative Pausen, für Treffen unter Kollegen oder auch die Begrüßung von Besuchern. Das Besondere hier in Schwabing, es wird ausschließlich mit Karte bezahlt. Das ist zu Beginn auf Überraschung gestoßen. Den Morgenkaffee, den Espresso mittags mit Karte zu zahlen, ist selbstverständlich geworden und heute nicht mehr wegzudenken. Die mit Bargeld. Ein Vorteil auch für unsere Gäste. Deutlich kürzere Wartezeiten und für uns mehr Spontanverkäufe. Ein weiterer Aspekt ist die Hygiene. Die Kartenzahlung ist deutlich hygienischer. Wichtig für uns, denn wir arbeiten täglich mit Lebensmitteln. Durch die Kartenzahlung sparen wir uns die Kosten des Bargeldhandlings. Wir verzichten auf das Beschaffen von Wechselgeld und sparen uns die Kosten für Bargeldeinzahlungen. Diebstahl und Falschgeld sind kein Thema mehr für uns und wir minimieren auch unsere Aufwendungen bei der Abrechnung. Deswegen ist das Kartenterminal der Stadtsparkkasse München die richtige Wahl für uns. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand, auch was Bezahllösungen angeht. Mit unseren Kartenterminals können Sie Ihren Kunden alle gängigen Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Egal ob Girokarte, Kreditkarte, kontaktloses Bezahlen oder Smartphone. Sie können unsere Terminals mit und ohne Kassenanbindung nutzen. Außerdem sind wir ein zuverlässiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Terminals. Auch die Einbindung von zusätzlichen Services wie den München-Vorteil und Bluecode sind möglich. Für die Umstellung oder Neueinrichtung sind wir gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch für Sie da. Oder bestellen Sie einfach direkt online unter sskm.de. Sie erhalten Ihr Terminal fertig eingerichtet und sind sofort startklar.